Was geht Leute? Mein Name ist Aaron Fox. Willkommen zur nächsten Folge von, äh, was, was? Wer möchte Masquerade Justice in VR? Ähm, gerade mal die dritte Folge. Wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben auch noch nicht viel erreicht. Wir wissen aber, dass wir, ähm, sneaky unterwegs sein sollen. Schaffen wir es diesmal in VR sneaky, nicht so wie bei Atomic Heart, reinballern, sondern wirklich mit Bedacht, mit Kopf und vor allem mit ganz viel Blut. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Habt ihr das nicht verstanden? Let's fucking do this. Psch. So. So, hier haben wir aufgehört. Aber nicht im Hauptmenü. Sondern, ihr werdet's gleich sehen. Natürlich, als ich die Controller getestet hab, war ich auch mal kurz hier in diesem Spiel. So, passt. Oh ja, gefällt mir. Wieder zurück. Im. Na, was ist mit dem? Hängt da irgendwas? Ne, da hängt nix, oder? Ich habe das Gefühl, da hängt irgendwas. Dann hängt da größtenfalls das Internet. Aber 30 FPS sollte ja kein Problem sein. So. Was war mal denn? Oh ja, doch, es hängt ein bisschen. Ne, hängt nicht, hängt nicht, hängt nicht. Also, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Hier, auf diesen Dingens. Sind wir gestorben letztens? Ich weiß es nicht. Aber, mir ist aufgefallen. Ähm. Haben wir? Ne. Äh. Wo sind unsere Achievements? Da, okay, hier. Okay, man kann. So. Hier, aktuelles Ziel. Finde Lorenzo. Lorenzo. Sagt mir Lorenzo was? Ne. Keine Ahnung. Aber wir haben hier zwei Zusatzaufgaben. Einmal Raubtier. Raubtier ist, eigentlich sollte es näher ähm, erklärt werden. Raubtier ist, nicht entdeckt zu werden. Quasi kennt man von, ähm, Thief. Hat man auch so, so, ähm, optionale, äh, ähm, Aufgaben. Nicht entdeckt zu werden und vor allem unantastbar genauso keinen Schaden zu nehmen. Das werden wir natürlich beides in Angriff nehmen. Nicht entdeckt zu werden. Wir sind ein Fuchs. Ein Fuchs, der nach Blut dürstet. Und entsprechend, ich muss noch kurz hier einen Clip zumachen von der Weste. Bevor es losgeht. So. Ja, viel besser. Schon gedacht, irgendwas ist anders an der Weste. Ja, weil ich einen Clip nicht zugemacht habe. Also, wir sind ein Fuchs. Und ich möchte nicht entdeckt werden. Ich möchte auch keinen Schaden nehmen. Ähm, gewieft. Wenn wir nicht entdeckt werden, kann uns auch nichts schaden. Also, wir sind blöd und stolpern aus, aber meistens passiert sowas ja nicht. Denn wir haben hier sowas wie ein paar kleine, ähm, Gimmicks. Wie zum Beispiel hier diesen Schattensprung. Der Chat, ich gucke mal kurz, der Chat ist auch da. Bloodlines war schon und kommt erst wieder. Bloodlines 2, genau. Übrigens, Dampfnudeln. Dampfnudeln. Nicht lang schnappen, ran an den Braten. Ja, ja, bin ja schon dabei, bin ja schon dabei. Bloß nicht erschrecken, nicht hudeln hier. Können wir hier irgendwas nehmen? Können wir den Stuhl nehmen? Nee, warum haben wir so markante Schultern? Und das Kabel fängt wieder an zu nerven. So, okay. Gut. Problem gelöst. Das ist nichts, nichts Besonderes. Hier funktioniert auch alles, bis auf das Internet. Aber mein Gott, ich kann es auch nicht ändern. Gut, wir haben hier die, ähm, Möglichkeiten, wie wir es halt von, von, äh, Far Cry, Far Cry, Half-Life Alyx kennen. Dieses, äh, telekinetische Sachen sich, äh, holen. Das ist laut. Das ist meine Hand? Nee, okay. Gut, also, wir versuchen jetzt, können wir schleichen? Nee. Also nicht, äh, nicht physikalisch, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Was haben wir für Fähigkeiten? Um nochmal zu gucken. Wir haben den Schattenmantel. Wie ging das nochmal? Ich muss wieder ganz kurz gucken. Blutkessel war das, äh, explodieren. Schattenmantel war sich unsichtbar machen und Schattenfalle war etwas, um in die Hölle zu ziehen, glaube ich. Nehmen wir mal, gehen wir mal alle durch, um einfach mal wieder ein Gefühl zu haben, was wir eigentlich hier an Funktionen haben. Ah ja, jetzt hier wird es auch nochmal erklärt. Der Blutkessel, sind wir letztes Mal gestorben, dass wir schon wieder hier alles machen müssen oder konnten wir wieder nicht speichern oder so? Also, verwende den Blutkessel, um einen mächtigen, aber lauten Angriff auszufügen. Wähle ihn im Disziplinrat und dann auf Feinde und gedrückt halten und wie auch immer. Okay, gucken wir mal. Achso, und wie benutzt man den? Ah, okay, mit der, mit der anderen Hand dann. Ah, wie gesagt, ich, ich schwärm schon ein bisschen von der Gegend hier. Die, äh, Wasserphysik oder halt die, die visuelle Darstellung vom Wasser gefällt mir sehr gut. Wir haben ein düsteres, düsteres, ein düsteres Setup. Oh ja, das war die hier, die, die Kletteraction, die auf uns zukommt. Oh, warum leckt das so arg? Keine Ahnung. Haben wir hier ein Opfer? Eine Ratte haben wir. Mal ein bisschen an der Rage schnabulieren. Nein, ist nicht tot, ist nicht tot. Leute, er ist nicht tot. Er schläft nur. Oh, oh. Oje. Jürgen können wir hier nicht öffnen. War da nicht irgendwie was Interessantes das letzte Mal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir da rüberklettern, wissen wir. Wo ist der Gegner? Und Lorenzo. Lorenzo. Ne, hier ist keiner. Keiner, wo man mal kurz, so, wie viel Blut haben wir denn eigentlich? Sehen wir das hier? Hunger haben wir auf jeden Fall. Oder noch nicht so viel, glaube ich. Setting in der Welt der Dunkelheit. Wer hätte das gewartet? Ja, hätte ja auch, äh, fröhlich sein können, mit viel Farben, also mit viel, mit viel Sonnenschein oder so. Ja, ich gebe dir, ich gebe dir vollkommen recht. Das hat ja alles Hand und Fuß. Ah, ich habe Angst, runterzufliegen, weil ich glaube, Vampire können nicht schwimmen. Ja, Höhenangst darf man keine haben. Aber kann auch sein, dass der Gegner down ist, weil wir beim letzten Mal ihn, glaube ich, schon mit Blutkessel ausgeschaltet haben. Bloß nicht runterfallen, sage ich dir. Oder euch. Warum sage ich dir? Wahrscheinlich meine ich mich als Person, als dritte Person. So. Okay. Also wie gesagt, der Drift funktioniert. Wir sehen ja, kein Rumgewackel mehr. Alles wieder, wie es sein soll. Oh. Okay. Gut, Claire. Schön, dass du mich hörst. Okay, hier wird kurz Schattenfalle erklärt noch. Wo ist der Chat? Da. Namen White Fox. Na, wie war die Dampfnudel? Stelle eine Schattenfalle auf, die den Ganoven ins Verderben zieht. Wählen sie bla 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 und dann machen wir das. Schattenfalle. So, und die Schattenfalle machen wir genau unter ihm. Und los. Und drücke, um es abzubrechen. Achso, und los. Oh ja, hole ihn, hole ihn. So, schön. So gefällt mir das. War super, vor allem, wenn man selber nichts machen muss. Wie? Wer hat es für dich vorgekaut? Vor allem, wer schluckt es dann für dich runter? Streichelt, streichelt Little, 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 Wumy dann so dein Kehlköpfchen, damit es dann runterschluckt? Oder wie, wie darf man das verstehen, dass du nichts selber machen musst? Okay, wie? Wie kamen wir da nochmal rüber? Ah, auch da rüberklettern. Haha, Arschgeige. Nee, mein Dad hat gekocht. Achso, okay. Wir können ja mal gucken. Blutkessel könnten wir mal wieder machen. Herrlich. einfach geplatzt. Aber es hat sehr viel sehr viel Blut gekostet, sehe ich gerade. Also, Fähigkeit hin und oder her. Ähm, nicht gut. Braucht viel zu viel Blut. Wir haben im Laufe des Spiels die Möglichkeit, warte, warte, stopp, seht ihr das auch? Wir müssen, wir müssen ein allsehendes Auge entwickeln, dass wir, das hätten wir uns fast unter die Lappen gehen lassen, dass da ein offenes Fenster ist, dass wir auch diese ähm, Geheimverstecke finden. Es ist halt echt nice, dass wir das Herz sehen von den jenigen. Zack, und hoch. So, mal gucken. Er kommt wieder zurück und hängt ein bisschen an der Tür scheinbar durch die Lappen, aber darunter geht bestimmt auch. Unter, die habe ich unter die Lappen gesagt. Unten schwirrt nur die Ratte herum. Der steht beim Rücken zu uns. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Du kannst mich hier machen. Was ich? Nein, ich bin gut. Komm her! Eichhörnchen an der Eichhörnchen. Gib mir dein süßes Blut! So ein Scheiß! Ach, herrlich! Ja, ich bin ja, ich weiß, ich fühle mich jetzt nicht wirklich in der Rolle eines Vampirs. Ich bin nicht so der Vampir-Fan. Ja, seid geschockt, ich bin kein Vampir-Fan. Ich bin eher so der Wolf, der Werwolf. Vampire waren für mich immer so ein bisschen krude. Ein bisschen zu shiny waren sie mir auch durchaus, ab und zu. Ah, das da ist wahrscheinlich das, was sie suchen. Was? If I close my eyes, I can still feel the sea breeze of the Triesta of my youth and the scent of seaweed drying in the sun. I was born there in the Merchant Family in 1758. I grew up, I fell in love, married and had two wonderful daughters. The beast from the tunnels climbed up one fateful night and embraced me. His name is not important. what he did to me is when my face and body ravaged by the Nosferatu curse, I could not even approach my family anymore. One looked at me and they ran away, scared for their lives. I decided instead to watch over them from the shadows. Also ein Opfer. Er wurde zu einem Nosferatu und die sind ja halt mega, äh, die sehen halt nicht mehr schön aus danach. Nosferatu zu sein, du gehst da aber schon ziemlich drin auf. Statue hast du ja auch. Tja, man hat was, man kann was man kann. So, also wir können hier so kleine Dinge sammeln für unsere Sammlung. Wo ist der doch jetzt? Kann man das aufmachen? Ne, ist einfach nur, einfach nur ein Buch. hat der Wolf geschlagen mal wieder, hä? So, okay, also das war schon mal gut. Wir wollen ja Sachen sammeln. Dieses Sammelprinzip kennen wir. Wir haben jetzt auch letztes Mal schon identifiziert, dass Vampire the Masquerade Justice einige Dinge vom Vorgänger haben. Und zwar ähm äh 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 ähm der Vampire Oblivion Afterlife ähm und viele, viele Funktionen wurden übernommen. Ich glaube auch war das nicht auch die Handfunktion Sachen zu finden? Wird ja hoffen, dass sich nochmal jemand an Werwolf rantraut, um ein Spiel zu machen. Oh, das wäre halt echt nice. Warum haben wir dann Knochen? Können wir damit was machen? Können wir Schlagzeug spielen? Da ist noch einer. So. Ja, ein bisschen. Ja. Oder auch nicht. Gut, also, wir müssen jetzt hier weiter. Ja, wir haben doch bei bei der Oblivion Afterlife hatten wir so eine Funktion, um quasi wie so ein Kompass unser nächstes Opfer oder unser nächstes Ziel zu identifizieren, was wir jetzt aber leider hier nicht haben, soweit ich weiß. Aber viele, viele, viele Funktionen wurden da übernommen, was ich eigentlich recht nice finde. weil es ist halt sehr intuitiv, sehr einfach zu lernen und das hat das Spiel halt auch bei Oblivion Afterlife sehr interessant gemacht, weil alles in VR muss ein bisschen intuitiver sein, als man gewohnt ist. Wenn du dich Feinden näherst, versuche das immer von einer erhöhten Position zu tun. Okay, da können wir auf jeden Fall hier den Weg nehmen. So, dann gucken wir mal, welches unser nächstes Opfer darstellen könnte. Okay, runter möchte ich nicht. Ich gehe nämlich einfach auf die nächste Seite. Ansonsten, wir gucken, immer wie gesagt, gucken, ob da irgendwas ist, was wir unserer Sammlung hinzufügen könnten. Also, man könnte Himmelstange runter, aber wir wollen ja nicht entdeckt werden. Das ist wahrscheinlich der offensive Weg. Oder wenn man runterfällt, natürlich, wieder hochzukommen. Was erzählen die da? Wo sind die? Da ist ein Gegner. Der verzieht sich jetzt. Da ist ein Dingens, ein Zielgestein, den wir aber jetzt nicht ihm auf den Kopf werfen können, weil das wäre ein bisschen zu laut, glaube ich. Die Frage ist, patrouillieren die. Ich würde schon sagen, dass wir alle eliminieren sollten, falls sie dann doch patrouillieren, wäre das ein bisschen blöd. Das Blöde ist aber, ich glaube, der bleibt stationär. Der wandert nicht umher. Das Blöde ist, der wird ja dann sonst alarmieren, schätze ich mal. Die Frage ist, sind da Gegner? Ich glaube nicht. Unser nächstes Ziel? Komm mit me. Die Leiche wie ein Profi entsorgt so wie sich das gehört. Keine Beweise zurücklassen. Was gibt denn heute zu essen? Pixelmatsch, okay. Und ich habe eine Gabel. Da sind wir sie wahrscheinlich. nicht. Nee, heute kein Toast. Aber wenn kein Toast, dann wenigstens Progress. Wo können wir da hoch? Oder beziehungsweise warum können wir da hoch? Ach, von der Seite. Ja, gut. Also es gibt viele mögliche. Entweder man klettert da hoch oder macht einen Schattensprung. Das finde ich eigentlich ganz nice, dass man dem Spieler mehrere Möglichkeiten gibt, nicht irgendwie einen Weg folgen zu müssen, sondern mehrere zur Verfügung hat. Das geht nicht. Wir müssen uns da hinhangeln. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da runter? Lass ich mich da einfach fallen? Oder muss ich mich wahrscheinlich runter? Ah ja, okay, ich kann mich so festhalten. Interessant. Auch die Musik finde ich eigentlich ganz harmonisch. Warte, warte, warte. Welche Richtung? Oder kennen wir? Ist der so? Ist sie? Weil wir spielen ja glaube ich einen weiblichen Charakter, warum auch immer. Und hopp. Oh, oh, war das knapp. Okay, das war knapp. Fast ins Wasser gefallen. Wahrscheinlich. Achso, wir können uns so ranhangen. Die Brille ist grau. ist ein bisschen blöd. sehe nämlich nix. Oh, Mann, muss das jetzt sein. Wahrscheinlich geht gleich die Brille aus. Und ins Menü komme ich gerade nicht. Ach, das ist jetzt echt dämlich. Eine richtig schlechte Situation. ist dämlich. Äh, was kann man da machen? Gray Screen, D. Gray Screen, ja, 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 das ist ja das Problem. Warum auch immer. ist nervig. Gut, ich hoffe mal, dass wir noch schnell ins Zurückspiel können. Bis gleich. Passiert es mit einem grauen Screen nicht allzu oft. Immer mal wieder. Ernsthaft? Das zählt ja halt null. Ich habe ja noch nicht mal was gemacht und wurde schon entdeckt. Vielleicht müssen wir schleichen. Ich habe keine Ahnung, warum es grau wurde, warum das kommt, ob das irgendwie am Anfang ein Bug, ja, oder wahrscheinlich vom Weiß, aber ich habe ja immer irgendwelche Bugs, von daher. Also geduckt werden wir schon mal nicht gesehen. Hier sind wir hängen geblieben, also eigentlich sind wir gar nicht weit weg. Gucken wir mal. Noch haben wir glaube ich alle unantastbar ist nicht verfügbar. Heißt das, dass wir schon Schmerzen erleidet haben? Nee, das Quatsch jetzt. Okay, der ist wahrscheinlich hier durch die Tür. Ist er da durch die Tür gegangen? Nicht, dass er da um die Ecke verschwunden. Okay, können wir gucken, ob wir hier irgendwie Oh. Das ist glaube ich einer, oder? Jetzt läuft er weg. Okay, der läuft dahin. Was wir machen können, wir nehmen Schattenfalle und machen hier Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Da kommt er wieder. Ja, da kommt er wieder. und los. Ja, gut. Das hat funktioniert. Hat uns zwar ein bisschen Hunger gekostet, aber ich muss wahrscheinlich früher oder später meine Fähigkeiten nutzen, weil sonst komme ich nicht voran. Außer wahrscheinlich hätte es auch geklappt, wenn ich mich hier versteckt hätte und er wäre an mir vorbeigelaufen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich schnappen können. Ja, ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass man auf die Fähigkeiten zurückgreifen muss, tendenziell, schafft man es wahrscheinlich auch anders durchzukommen. Aber das wundert mich ein bisschen, dass es halt nicht weiß ist. Haben wir vielleicht am Anfang schon irgendwie Schaden genommen? Kann das sein? Aber eigentlich möchte ich schon beide haben. Aber kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben doch gerade erst angefangen. Bin ich Anna? Oder kann es sein, dass es noch nicht verfügbar ist, weil wir das Level noch nicht geschafft haben. Erst dann zählt es, aber gut, warum ist Raubt hier dann halt schon unentdeckt zu sein? Wahrscheinlich weil wir jetzt halt die ganze Zeit schon unentdeckt sind, aber trotzdem ganz krude hier. Schauen wir einfach, oh, fast das Gleichgewicht verloren. Das ist halt echt interessant in VR. Ich kletter ja nicht wirklich, aber trotzdem habe ich manchmal den Anschein, als würde ich das tun. Was ist das für ein Zeichen? Das habe ich ja schon öfters gesehen. Auch in unserem Lager. Wir haben ja keine Waffen oder so. Wir kennen da aber auch nicht Blutkessel. Wir haben ja auch keine Waffen oder ähnliches. das, oh, dass wir es unsichtbar machen, okay. Interessant, die Frage ist, können wir auch später wieder zurück, also die ganzen Level nochmal neu machen? Muss eigentlich, weil ich glaube, jetzt haben wir gerade keine Möglichkeit mit diesem, sieht aus wie ein Amulettenmedaillon zu interagieren, zu interagieren, weil, ähm, außer, ne, keine Falle, außer mit dem Ziegelstein, können wir uns einen Ziegelstein, kann es vielleicht sein, dass man mit dem Ziegelstein das treffen muss? Hm. Ein Ziegelstein. Ich gehe nochmal runter, ich möchte das jetzt gerne in Erfahrung bringen. Äh. Können wir hier irgendwo hochklettern? Da können wir hochklettern, also ist es schon die Möglichkeit gewesen, gewesen. So, und diesmal hoffe ich, dass es nicht grau wird. Vor allem, ich muss halt auch, ich hoffe, dass ich das mit dem Ziegelstein auch treffe. Aber, glaube ich, nur eine Chance, wenn es mir ins Wasser fliegt, dann wäre das nicht so gut. Hä, welche Stelle ist denn das? Ach, das ist die andere Stelle. Wir sind ja den Weg gelaufen, sehe ich gerade. Wie, wie springt man? Äh, gar nicht, glaube ich. Okay, da ist der Ziegelstein. So. Jetzt die Frage, muss ich das jetzt, kann ich überhaupt so weit werfen, ist die Frage. Dann legen wir das mal kurz da hin. So. Ich bin Rechtshänder, das heißt, das ist wirklich niemals. So werfen, oder so, wahrscheinlich so. verdammt. Nee, das, das verzweifle ich. Oh Gott, das sieht ungesund aus. Das verzweifle ich, dass das the way to go ist, das zu treffen. Macht ja gar keinen Sinn. Wir können leider nicht die Hand nutzen, können wir aber da drauf, das. Oh ja, wir können da drauf. Oh Gott, wir können nicht drauf. Okay. Oder liegt vielleicht hier irgendetwas? Also, dass wir nicht mal einen Hinweis bekommen haben, was das überhaupt sein soll. Ist halt auch ein bisschen madig. und vor allem keine Ziegelsteine, sonst werden wir behäuft von Ziegelsteinen und diesmal halt null. Hier irgendwie im Dreck nichts. Naja. Was soll man machen? Also, ich glaube jetzt nicht, also das ist viel zu weit, viel zu hoch für einen Ziegelsteine. Also, ich bin auch kein hier, kein, äh, Spitzenwerfer. Und da? Ja, auf jeden Fall müssen wir den Weg entlang, aber wir gehen High Ground. Und ansonsten ist hier nichts. Gut. Dann gehen wir hoch. Und hopp. So, jetzt hat sich der Sound von, äh, oh man, heute ist halt echt wieder alles krude. Muss das heute alles so sein? Kann's nicht mal, ja gut, ich war halt auch schon lange nicht mehr in VR, aber trotzdem, wäre es doch auch mal schön, wenn einfach Dinge funktionieren. Und? Test, Test, Test. Test, Test, Test. So. Also, nochmal. Der Subwoofer geht immer nur aus, wenn er kein Signal bekommt. Wahrscheinlich war der Threshold zu gering. So. Besser. Ich muss doch was spüren dabei. VR ist nur immersiv, wenn man auch spürt. Also, los. Unser Ziel ist da hinten. Das finde ich halt blöd, dass man halt einen Questmarker sieht. Hätten wir auch weglassen können. Nur kein, kein Cyborg oder so. Oh Gott. Was ist da los? Dass man Herzen sieht, ist ja okay. Oh. Das ist die auf dem Dach da oben, oder was? Okay, gut zu wissen, dass der untere Weg nichts für ist. Wahrscheinlich müssen wir hier uns verstecken. Das ist ja wahrscheinlich schon eine wichtige Person, mit der wir es zu tun haben. aber kein verwende den Schattenmantel, um vor Feinden verborgen zu bleiben. Aber trotzdem kein Grund für mich, Angst zu haben. Aber immerhin sehen wir die Laser strahlen. Oh Gott. Okay, aber wir wurden nicht entdeckt, oder? Zählt es als entdeckt? Nee. Okay, dann hier rüber. Versuchen wir mal. Wie es wie schon sagt, oder ich warte, bis der Laserstrahl wegführt. Ah, okay. Sieht du es trotzdem? Wir müssen wahrscheinlich doch den Schattenmantel nehmen. Der geht. So, okay. So, das hat schon mal funktioniert. Problem ist nur, ich habe bald kein Blut mehr. Und irgendwie müssen wir da jetzt an den Dude hier vorbei. die Frage ist, müssen wir runter. Hier ist Dead End. Da kann ich nicht rauf. Warum kann ich da eh nicht rauf? Wenn der Sniper auf uns gerichtet ist. So, wie jetzt gerade eben. Deswegen schätze ich, müssen wir leider Gottes doch nach unten. die Frage ist nur, worunter? Wahrscheinlich da unten. Hier. Und da in dem Bereich. Musst du gucken. Gut, dass wir wenigstens die Herzen sehen. Können nicht durch Textil schauen, aber wir können durch die, äh, Körper unserer Feinde sehen. Okay, da hinten läuft einer. Ansonsten, hier läuft einer. Das Ding könnten wir uns eigentlich schnappen. dass wir ein bisschen Blut naschen. Dass wir da runter gehen. Er läuft jetzt da entlang. Bleibt dort verweilen. Die Frage ist, wie lange? Okay, eine Weile. Oh, falsch. Dass wir runter gehen. Ah, aber da ist auch einer. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Wenn ich den jetzt angreife, könnte der uns sehen. Theoretisch, jetzt guckt er weg. Unten ist auch nochmal eine Lady. Da guckt es sogar runter. Also, eigentlich müsste ich den da, ähm, tot bekommen. die Frage ist, wo läuft der eigentlich hin? Läuft er vielleicht irgendwo in der Ecke stehen? Ich sehe ihn halt nicht mehr. Da läuft er. Ich glaube, das ist doch der, oder? Nee, da ist er. Es könnte halt laut werden. Außer, ich lasse ihn erst verschwinden. Das heißt, ich nehme hier die Schattenfalle. Er hat Hunger. Okay. Also, auf jeden Fall brauchen wir einen Plan. Und ich brauche Blut. Wir müssen da runter, auf jeden Fall. Ich muss handeln, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich weiß auch wie. So, wir warten jetzt. Die nächste Runde. Er klöft jetzt wieder hoch. In dem Moment, wo er dann wieder zurückläuft, mit dem Rücken zu uns steht, und er quasi wieder Richtung unseres Ziels läuft. Packen wir ihn von hinten. Fuck, ich war zu langsam. Vielleicht erwische ich ihn hier. Ich bin hier. Ja, das war ein bisschen, das sah scheiße aus, ich weiß. was ist jetzt? Was jetzt? Habe ich jetzt? Ah, Mist. Nee, jetzt wurden wir gesehen. Nee, das kacke jetzt. So lassen wir das nicht stehen. Also, letzter Kontrollpunkt. Vor allem, das Problem ist, packen und gleichzeitig laufen geht halt nicht, weil natürlich laufe ich dorthin, wo ich mit dem Controller hinzeige. ist ja wahrscheinlich jetzt eh die Folge beenden. Jetzt sind wir hier wieder unten, weil wir können da wieder hochklettern. Gut, ähm, also da, wo ich hinzeige, Blödsinn, könnten wir das kurz, ich gehe mal kurz in die Option, ich will das ganz kurz sehen, ob wir die Möglichkeit haben, die Steuerung anders einzustellen. Bewegung, Komfortoption. Ich glaube eher nicht. Bewegung. Ach hier, Bewegungsrichtung. Dort, wo das Headset oder feststehender Spieleort wenn wir es auf Kopf stellen, wäre das ja, ja gut, so ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir ihn packen. Ne, das ist natürlich besser. Dort, wo wir hinschauen, glaube ich, oh, da ist noch eine Rat. Die nehmen wir uns auch gleich vor. Aber jetzt beenden wir erstmal die Folge und dann schauen wir weiter. Bis gleich. End der Episode. Ja, gar nicht so einfach hier. Vor allem mit der Störung und Blutnaschen natürlich. Nicht so irgendwie hinpacken. Vor allem, ich bin da viel zu filigran. Ich bin einfach nicht der Vampir. Dinge nehmen, Blut, Nacken und so. Einfach, ich bin ein Raubtier. Ich gehe direkt rein und töte das Ziel oder wie auch immer. Aber wir werden vielleicht besser. Vielleicht muss ich raus aus meiner Komfortzone und rein in das Biest. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Enel Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Bis zum nächsten Mal.